Hast du etwas gefunden? Hast du Hunger? Sollen wir ins Restaurant gehen? Sollen wir ins Restaurant gehen? Sollen wir ins Restaurant gehen? Okay, das hört sich gut an. Ja, okay, das hört sich gut an. Und heute geht es auf mich. Wirklich? Bist du sicher? Wirklich? Bist du sicher? Unbedingt. Das ist kein Problem. Unbedingt. Das ist kein Problem. Wow, das ist sehr nett von dir. Es ist mir ein Vergnügen. Es ist mir ein Vergnügen. Hallo, ein Tisch für wie viele Personen? Hallo, ein Tisch für wie viele Personen? Einen Tisch für zwei Personen, bitte. Einen Tisch für zwei Personen, bitte. In Ordnung, folgen Sie mir. Danke, ich habe solchen Hunger. Danke, ich habe solchen Hunger. Danke, ich habe solchen Hunger. Danke, ihr Tisch. Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie eine Flasche Wasser oder ein Glas Wasser? Möchten Sie eine Flasche Wasser oder ein Glas Wasser? Möchten Sie etwas zu trinken? Ein Glas ist ausreichend. Danke. Ein Glas ist ausreichend. Danke. Okay. Möchten Sie die Karte sehen? Okay. Möchten Sie die Karte sehen? Ja, ich würde gerne die Karte sehen. Ja, ich würde gerne die Karte sehen. Hier sind Ihr Wasser und die Karte. Hier sind Ihr Wasser und die Karte. Ich komme wieder, wenn Sie bereit sind zu bestellen. Ich komme wieder, wenn Sie bereit sind zu bestellen. Danke, aber wir sind schon bereit zu bestellen. Danke, aber wir sind schon bereit zu bestellen. Perfekt. Was möchten Sie bestellen? Perfekt. Was möchten Sie bestellen? Perfekt. Was möchten Sie bestellen? Wir fangen mit der Kartoffelsuppe an. Wir fangen mit der Kartoffelsuppe an. Ja, zwei Kaffee, bitte. Ja, zwei Kaffee, bitte. Wir fangen mit der Kartoffelsuppe an. Untertitelung des ZDF, 2020